Haben wir alles? Okay, na, gar nicht mal so ohne. Unter dir. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteck eines Bond-Bösewichts? Du hast ja keine Ahnung. Fall bloß nicht in das Heifischbecken. Scheiße. Ich weiß, Sie haben jemand anderes erwartet. Leider ist Mr. Serene mit seinem... Der Stream fängt an. Geben wir Monark das Publikum, das sie verdienen. Dann müssen wir weiterhin die Kontrolle behalten. Und darum geht es heute Nacht. Die Zukunft. Wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde, auch wenn Sie nicht wissen, was das bedeutet. Hey, Beth? Ich gehe runter in die Labore. Ja. Okay. Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Serenes rechte Hand ist auf dem Podium. Es hätte aber Serene sein sollen. Ein bisschen T zwischendrin. Wow. Das geht ganz schön weit runter. Zack, das lokale Sicherheitsnetzwerk hat am Arm geschlagen. Sie wissen, dass du da bist. Sag bloß! Unfassbar! Und jetzt? Dr. Emeralds Büro. Anscheinend ist es eine Ebene höher. Da stimmt doch was rein. Da stimmt doch was rein. Was zur Hölle ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Es ist, als ob ich ausgesaut werde. Rennen wir da rein? Ja. Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den Kronondämpfer. Der Schüsschen. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? Jetzt sind wir, der redet da. Ja. Ähm. Ich muss... Ja. Ja. Jetzt. Jetzt wird's interessant. Oh. Das sollten wir vielleicht versuchen zu verhindern. Ich bin mal gespannt, was ich jetzt machen kann. Okay. Okay. Na klar. Okay. Es muss doch eine gottverdabte Schwachstelle gehen. Zeit zu gehen. Weiter. Ja, jetzt weiß ich mich nicht mehr. Ja, im Moment habe ich keine Ahnung. So. 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 Ich glaube, ich muss... Ja. Das ist jetzt ein bisschen doof. Äh, äh, äh. Ja, ja, dankeschön. Ach, ne, ne? Unter dir. Alles streng geheim. Der Lift im Inneren bringt dich runter. Ernsthaft? Was ist das hier? Das Geheimversteig eines Bond-Bösewichts? Ach, du hast ja keine Ahnung. Fall bloß nicht in das Haifischbecken. So. Scheiße. Ich weiß, Sie haben jemand anderes erwartet. Ja. Der Stream fängt an. Geben wir Monark das Publikum, das Sie verdienen. Das haben wir alle schon gesehen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir bei dem weiter? Genau, das mag ich ja überhaupt nicht. Hey, Beth. Ich gehe runter in die Labore. Okay. Auf der Party gibt es ein kleines Durcheinander. Serenes rechte Hand ist auf dem Podium. Es hätte aber Serene sein sollen. Ja, Paul war wohl zu sehr damit beschäftigt, mir sein Herz auszuschütten. Frage ist, also wir müssen erstmal die kleinen ab ausschalten und dann ein bisschen aus der Schussrichtung von diesem komischen Dingsbums gehen. Aber wie denn Juggernaut? Ich hasse diese Szenen. Zack, das lokale Sicherheitsnetzwerk hat Alarm geschlagen. Sie regeln, dass du da bist. Ende. Verständigt. Mach dem Feuer unter den Hintern. Ende. Wir haben Joyce gefunden. Okay. Unfassbar. Das... So. Das macht er jetzt automatisch, oder? Ja. Schwupps. Jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Das ist ein bisschen doof. Ups, ja, ja. Die Frage ist... Da stimmt doch was nicht. Ey. Mhm. Was zur Hölle ist das? Geh weg. Ja, ich weiß. Es saugt mich aus. Es ist jetzt, ob ich... ...ausgesaut werde. Danke schön. Das ist besser. Wozu brauchen Sie so ein Ding überhaupt? Das Ding saugte meine Kräfte aus. Wir nennen es den... ...Kronondämpfer. Oh, ja. Schwer. Als Paul mich in der Zelle besucht hat, sagte er, die Zeit sei ein geschlossener Kreis. Glaubte, dass der Riss nicht repariert werden könne. Beim Anblick der Größe dieses Labors begann ich mir Fragen zu stellen. Wenn die Zeit enden würde, warum dann das alles? So. Kleinen Moment bitte. So. Da bin ich wieder. Ich habe mir mal angeguckt, wie ich hier am besten Weg mache. Ey. Das sind total steam L penal cruel. Die dying. Son. Das war's. So. Ey. Ich wollte hinter dich. Ey. Das ist die Schwache. Das ist richtig. Das ist die Schwache. Das ist die Schwache. Und nicht das. Komm jetzt. Das ist die Schwache. Das ist die Schwache. Oh. Warte mal, haben wir nicht noch was anderes? Genau. Hau ab jetzt, man! Ich will das nicht nochmal. Oh man! Ey! Das hat doch so gut geklappt, man! Ey! Oh! Die Steuerung! Ich komme damit nicht so gut klar. Das ist jetzt nichts, ich muss nach hinten. Ein bisschen wieder weglocken. Nein, nicht immer das... Aaaaah! Oh Gott! Fuck! Das war wirklich brutal! Habe ich ihn geschafft? Okay. Okay. Da oben hin. Und wie kommen wir da hoch? Erstmal nach... nach... nachladen. nachladen. Aha. Gut, okay. Erstmal schauen. Oh, hallo! Oh, fuck! Vielleicht kann ich dort raus. Ähm... Jetzt? Versuchen wir's nochmal. Mhm. Boah, ist das so... Ist das so... Hm, wie soll ich sagen? Ich guck's mir mal genau an. Aha. Hm. Können wir da was drücken? Nein. Wow. Ah! Ja, Leute. Was, 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 was? Ähm... Ne, ich muss da lang. Okay. Naja, gut, egal. Naja... Können wir da nicht irgendwas drücken oder so? Da kommen wir nicht drüber. Okay. Okay. Ich hasse das. Naja. Wir schaffen's aber. Ist wahrscheinlich nicht der übliche Weg für Angestellte. Hä? 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 Okay. So, schneller schauen. Da dann, ok.